Diese Rote-Rosen-Geheimnisse kannten nicht mal die wahren Fans. Es sind nicht nur die Schauspieler vor der Kamera, die das ein oder andere Geheimnis haben. Auch die Produktion von Retro selbst ist für viele eine Überraschung. Bei einem Besuch am Set enthüllte Bild viele Geheimnisse. Ich werde jetzt erklären, was das Geheimnis ist. Beginnen wir mit dem wichtigsten Schauplatz der Serie, dem Salzmarkt. Im Gegensatz zu tatsächlichen Drehorten, wie dem Wasserviertel mit der Brausebrücke oder dem Lüneburger Rathaus, existiert der Salzmarkt nur innerhalb des Filmstudios. Überraschend ist auch die Tür zum Biomedon-Supermarkt, wer durch sie geht. Betritt nicht den Laden, sondern den Eingangsbereich des Lüneburger Filmstudios. Es gibt auch Gerüchte über den berühmten Müsli-Laden Das Frötchen. Obst, Gemüse, Käse und Brot sehen zwar frisch und lecker aus, sind aber nur Plastik-Attrappen. Also besser nicht essen. Aufgrund des Verbots von verdeckter Werbung dürfen in der ARD-Serie übrigens keine echten Getränkeflaschen gezeigt werden, so dass die Flaschen, die man im Fernsehen sieht, scheinbar echte Requisiten sind, wenn man sich das Team hinter den Kulissen ansieht. Etwa 20. Autoren sind an der Entwicklung der Geschichte und der Dialoge beteiligt. Es hält wunderbar. Habe es. Das bedeutet, dass jede Woche fünf Skripte erstellt werden. Um sie zum Leben zu erwecken, werden die Dreharbeiten mit zwei Teams und zwei Regisseuren durchgeführt. Das bedeutet, dass täglich etwa 49-minütige Episoden produziert werden. Auch für die Unterstützung von Tieren ist gesorgt. Kasper, der Golden Retriever, ist vor allem als Kalle, der Wohnungshund, bekannt. Es erschien erstmals in Folge 289 im März 2021 und eroberte die Herzen der Zuschauer. Die Rolle kam durch Zufall zustande, da Kasper eigentlich dem Produzenten von Rote Rosen, Jan Diepers, gehört. Aufgrund seines Alters, elf Jahre, ist dieser Vierbeiner inzwischen im Ruhestand, besucht das Set aber immer noch häufig. Wie wundervoll!